Die meisten von uns, die in toxischen Beziehungen stecken, haben eine Familiengeschichte, eine Kindheitsgeschichte und eigentlich meistens eine ganze Lebenskarriere mit toxischen Menschen. Wir haben meistens eine toxische Mutter oder einen toxischen Vater, Psychopathen in unserer Familie und hatten irgendwie immer wieder was damit zu tun. Und auch jetzt im Erwachsenenalter ist unser ganzes soziales Netzwerk gefühlt toxisch und dadurch, dass du dich jetzt auch mit Narzissten vielleicht auskennst, weil das ist jetzt ein sehr großes Thema, dadurch, dass du weißt, was die roten Flaggen sind, was toxische Verhaltensweisen sind, was manipulative Art und Weise ist, Bedürfnisse zu befriedigen, achtest du jetzt viel, viel mehr darauf. Und du merkst, dein ganzes Umfeld besteht irgendwie trotzdem aus Narzissen. Jetzt ist nicht nur deine Mutter narzisstisch, sondern auch dein Arbeitskollege, dein Chef und deine langjährige Freundin. Und du kannst es jetzt endlich identifizieren und auch verstehen, warum es dir in Kompanie, also in Anwesenheit dieser Person immer so schlecht ging, warum du dich immer wieder so minderwertig gefühlt hast. Das ist gut. Das ist ein Weg, also nicht, dass du dich minderwertig gefühlt hast, sondern dass du das erkennst. Das ist der richtige Weg in die richtige Richtung. Und eine Sache gibt es aber noch, wenn wir das Ganze erkennen und uns in diesem Prozess befinden, haben wir ja trotzdem noch emotionale Bedürfnisse. Wir haben sehr starke, wir haben Hunger, wir haben emotionalen Hunger, der sich aus der Kindheit dahergeschleppt hat, der das immer noch existiert und das immer noch da ist, das immer noch nicht befriedigt worden ist. Und dadurch, dass unsere Eltern und unsere Familie, Geschwister vielleicht auch toxisch sind, haben wir ja niemanden anders und keine Idee, wie wir diesen emotionalen Hunger sonst befriedigen können, wenn nicht mit diesen toxischen Menschen. Und obwohl du jetzt vielleicht im Kopf weißt, dass deine Schwester dich nicht unterstützen wird, wenn du sie anrufst und dich ausweinen möchtest, tust du das trotzdem. Obwohl du weißt, dass deine Mutter deine Traurigkeit nicht verstehen wird, rufst du sie trotzdem an. Und jedes Mal wirst du immer wieder zurückgewiesen von diesen Menschen. Jedes Mal bekommst du wieder an den Kopf, habe ich dir doch gesagt, du bist schon wieder daran schuld. Na, wer soll denn noch mit dir zusammen sein? Jedes Mal. Und trotzdem machst du es immer und immer wieder. Warum? Aus zwei Gründen. Erstens, du bist es gewohnt, das ist dein Umfeld. Du, du kennst das aus der Kindheit und du bist wie so ein, in diesem Hamsterrad und machst es immer und immer wieder. Das ist eine automatische Programmierung. Du kennst es, du weißt es. Jedes Mal, wenn es dir wieder schlecht geht, brauchst du eine externe Regulierung und du gehst wieder zu den Menschen, die dir am nahesten stehen, deine toxische Familie. Automatisch, wie so ein automatischer Mechanismus. Und zum Zweiten, weil du keine andere Quelle gefunden hast. Du hast keine andere Quelle für emotionale Regulierung, für Trost, für Beisammensein, für Verbundenheit gefunden. Und auch wenn du das in deiner Familie nicht bekommst, weißt du trotzdem nicht, wo du das herbekommen sollst. Deswegen begibst du dich quasi dem Fluss der Sachen und wenn es dir wieder schlecht geht, gehst du wieder zu diesem automatischen Zurücktrotten zur Familie. Du musst damit aufhören. Wenn du heilen möchtest von generell toxischen Menschen in deinem Umfeld, gibt es zwei Schritte zu tun. Der erste Schritt ist, zu identifizieren, welche Menschen dich weiterhin emotional nicht gut behandeln. Wo dein Selbstwert immer wieder zurückfällt. Wo deine Energie immer wieder geraubt wird. Diese Punkte gilt es zu identifizieren und diese sofort zu stoppen. Den emotionalen Missbrauch, der jetzt noch geschieht, sofort zu stoppen. Im Falle der Familie ist es sehr individuell. Ich kann dir nicht sagen, dass du sofort deine Familie abschieben musst. Oder blockieren oder nie wieder sehen. Das ist extrem schwierig, traumatisch und schmerzhaft. Aber vielleicht erst mal stark den Kontakt reduzieren. Und nicht nur quantitativ, sondern qualitativ auch. Du brauchst nicht den Kontakt zu deinem toxischen Vater abzubrechen zum Beispiel oder zu deinem toxischen Bruder. Aber vielleicht brauchst du da nicht mehr zu erzählen, dass du traurig bist. Vielleicht brauchst du da emotional keinen Trost mehr suchen. Vielleicht brauchst du da dir nicht mehr erhoffen, dass du verstanden wirst. Und erzähl das bitte auch nicht mehr. Erzähl deine emotionalen Ereignisse, Bedürfnisse, Gedanken nicht. Gib diese Energie nicht mehr zu diesen toxischen Menschen in der Hoffnung, dass du da was zurückbekommen wirst. Das gilt es zu identifizieren und zu unterlassen. Und Schritt Nummer zwei ist, zu suchen, wo du das jetzt auffüllen kannst. Woanders. Und das Problem ist, dass die meisten Menschen irgendwie dysfunktional sind und toxisch. Und diese Gesellschaft ist so. Es gibt sehr wenige. Ich weiß nicht, die Literatur sagt, 50 Prozent sind sicher gebunden. Irgendwie glaube ich das nicht. Ich weiß nicht, ob es meine komische Sicht ist. Ich kenne sicher gebundene Menschen. Ich habe auch Freunde, die sicher gebunden sind und Paare. Aber es ist bei weitem nicht 50 Prozent. Gefühlt ist es mehr. Vielleicht ist es nur mein Umfeld. Ich weiß nicht. Ich glaube, den meisten von euch geht es ähnlich. Das bedeutet, wir müssen jetzt mit der Realität arbeiten. Jetzt werden wir realistisch, bitte. Die Realität ist, du wirst wahrscheinlich nicht irgendwie sofort gesunde Menschen treffen. Und egal, wo du hingehst, wirst du wahrscheinlich zum größten Teil wieder toxischen Menschen begegnen. Das heißt, du musst drumherum spielen. Du musst trotzdem suchen. Du musst trotzdem andere Quellen für gesunde, emotionale Regulierung suchen. Und dadurch, dass das Umfeld und die Welt und die meisten Menschen eben kaum dazu fähig sind, ist eine gute Quelle, die du für dich aufbauen kannst, du selbst. Ist zwar nicht ideal, weil wir Menschen sind soziale Lebewesen, wir brauchen andere Menschen, aber die Realität ist nun mal, die meisten Menschen können es nicht geben und du musst essen. Du musst emotional essen. Du hast emotionalen Hunger. Du musst reguliert werden. Du musst getröstet werden. Du brauchst Verbindung. Das ist dein Recht und du bist ein Mensch, der Verbindung braucht. Deswegen bist du ja ein Mensch. Deswegen musst du essen. Und wenn es andere Menschen nicht geben können, dann musst du selbst zum Koch werden. Du musst selbst dein Essen anfangen zuzubereiten. Okay. Da gibt es verschiedene Techniken. Einige werden jetzt mit Selbstliebe ankommen. Selbstliebe ist schön und gut. Ich habe immer noch das Video ausstehen zur Selbstliebe. Selbstliebe ist ein guter Weg. Es gibt andere Methoden auch. Aber du musst jetzt verstehen, der erste Schritt ist überhaupt dann zuzugeben, ich werde es irgendwie von außen wahrscheinlich nicht mehr bekommen. Und trotzdem, dass du es von außen nicht bekommst, geh nicht zu deinen toxischen Eltern zurück. Geh nicht zu deiner toxischen Familie zurück, wenn du Trost brauchst. Geh da nicht mehr hin. Jedes Mal, wenn es dir schlecht geht und wenn du wieder das Bedürfnis verspürst, wieder dich deiner Schwester oder deinem Bruder, deine Tante oder deinen Eltern zu öffnen, werde dir erstmal bewusst, was gerade in dir stattfindet. Uff, gerade ist das vorgekommen. Ich brauche, ich würde jetzt am liebsten Trost haben. Frage dich, was du jetzt am liebsten von deinem Familienmitglied, zu dem du jetzt hingehen möchtest, haben möchtest. Idealerweise stell dir vor, wie diese Person reagieren würde. Vielleicht würde sie zuhören, dich einfach nur in den Arm nehmen oder was auch immer. Werde dir darüber bewusst, dass es das ist, was du brauchst. Und dann werde dir darüber bewusst, dass diese Person es dir nicht geben wird. Weißt du warum? Weil du das schon häufig ausprobiert hast. Du kannst nicht immer wieder zu der gleichen Person hingehen, in der Hoffnung immer wieder den Trost zu bekommen oder diese emotionale Nahrung, wie ich sie nenne, und sie dann immer wieder nicht mehr bekommen. Werde dir darüber bewusst, jedes Mal, wenn du da hingehst und abgewiesen wirst, ist es nicht nur, dass du das nicht bekommst, was du brauchst, sondern du sendest dir selbst die Nachricht, meine Bedürfnisse werden nicht erfüllt. Wenn ich meine Bedürfnisse äußere, werde ich abgelehnt. Du verstärkst diesen Glaubenssatz und diese Programmierung, dieses Traumata jedes Mal erneut. Und im Gehirn binden sich diese Strukturen, die werden, die ja schon da sind aus deiner Kindheit, dass du emotional nicht genährt wirst, dass man sich nicht um dich kümmern wird, dass du nicht liebenswert bist. Alle diese Glaubenssätze, diese Strukturen, die werden jedes Mal verstärkt. Die werden immer stärker und immer stärker und immer stärker und jetzt wird es immer schwieriger, diese zu brechen. Deswegen musst du sofort damit aufhören. Sofort aufhören, dich Situationen auszusetzen, wo du abgelehnt wirst. Dich Situationen auszusetzen, wo du emotional abgewiesen wirst. Weil jedes Mal, wenn du zu diesen Menschen hingehst, in Hoffnung auf Nahrung und diese nicht bekommst, wirst du ja immer wieder runtergemacht. Das heißt, das, was du vielleicht dir schon irgendwie müdselig mit Freunden, Bekannten und mit Selbstliebe aufgebaut hast, wird jetzt durch dieses toxische Zurückweisen, zurückgewiesen worden sein, wieder platt gemacht. Du bist immer auf Hungerlevel, auf Reserve, emotional auf Reserve. Du läufst durch die Welt mit emotionaler Reserve. Dein Tank ist immer fast leer. Und um diesen Tank auszufüllen, musst du erstmal die Löcher stopfen. Und die Löcher sind all die toxischen Menschen in deinem Leben, zu denen du hingehst, um Sprit zu bekommen. Bedeutet nicht, dass du sie sofort abschieben musst. Wenn es geht, okay, aber dann wirst du wahrscheinlich einsam sein. Aber bedeutet, dass du nicht mehr um Nahrung bittest bei diesen toxischen Menschen. Du kannst dich mit deiner Mutter weiterhin über das schöne Wetter unterhalten, vielleicht Kaffee und Kuchen genießen, was auch immer deine Situation ist. Aber mach dir immer wieder klar, eigentlich habe ich jetzt meine Mutter wieder angerufen oder meine Schwester, um Verständnis zu bekommen. Dafür, dass ich abgelehnt worden bin. Dafür, dass mein Leben nicht so gut läuft. Dafür, dass ich finanzielle Probleme habe. Dafür, dass ich auf der Arbeit gemobbt werde. Erwarte das nicht mehr. Hast du das schon probiert? Über diese Jahrzehnte, durch dein ganzes Leben lang, hast du das schon bei deiner Schwester probiert, dass du Verständnis bekommst, wenn du emotional bedürftig bist? Und hat deine toxische, narzisstische Schwester dir das Bedürfnis erfüllt? Wenn die Antwort Nein ist, dann mach das bitte nicht mehr, weil du dich jedes Mal selbst immer hungriger und immer hungriger machst. So, und zum zweiten Schritt, wie ich schon vorhin sagte, gehört natürlich, andere Quellen zu suchen, um dich emotional aufzufüllen. Wenn du Hilfe dabei benötigst, zu identifizieren, wie du genau dich auffüllst, dann kannst du dich gerne an mich wenden, weil ich nämlich damit starte, erstens den Widerstand zum Auffüllen zu identifizieren. Weil damit, wenn du Widerstand hast, wird gar nichts funktionieren. Und zweitens, ich helfe dir zu identifizieren, was es genau ist, was du suchst. Obwohl wir Sonnenstrahlen sehr ähnlich sind und meistens ist das so dieses Ablehnungstrauma, ist das halt trotzdem noch so ein bisschen unterschiedlich. Von Kunde zu Kunde merke ich, brauche ich halt ein bisschen unterschiedliche Arbeitsblätter und unterschiedliche Themen. Aber ich habe da wirklich Arbeitsblätter entwickelt und Prozesse, wie ich genau dir helfen kann, zu identifizieren, was dein persönliches Thema ist, was deine persönliche Wunde ist, was dein persönlicher emotionaler Hunger ist. Und dann habe ich auch Techniken entwickelt, wie man dir helfen kann, herauszufiltern, Strategien zu finden, das aufzufüllen. Und da begleite ich dann natürlich durch persönliche Beratungen, regelmäßige Beratungen auch die Kunden immer dabei. Falls du da Hilfe benötigst, wende dich einfach an mich. Du kannst auch natürlich woanders Informationen suchen, aber da sind diese zwei Schritte, die du gehen musst. Identifiziere, wo deine emotionale Nahrung verloren geht und wo du sie auffüllen kannst. Beides muss gleichzeitig stattfinden. Nur das eine, nur auffüllen, wird dir auf Dauer nichts bringen, wenn andere Menschen in deinem Leben das immer wieder auslaugen. Ständig Selbstliebe oder Freunde, Aktivität mit Freundschaften, wird dir nichts bringen, wenn du in emotional anstrengenden Zeiten wieder zu deinem toxischen Umfeld gehst und dort abgewiesen wirst und dort wieder wie ein Stück Dreck behandelt wirst oder dich so fühlst. Das wird nichts bringen, das ist hier rein und da wieder raus. Du musst hier stopfen und hier auffüllen. Ich hoffe, das Video hat dir gut geholfen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.